Mist, es ist überhaupt nicht scharf. Scharfes Werkzeug brauchen wir eigentlich alle. Egal ob wir nun Fleischer, Tischler oder sonst was sind. Denn unser Werkzeug ist das, mit dem wir arbeiten. Egal was wir schärfen wollen, es ist im Prinzip immer ein sehr ähnlicher Prozess. Und wie genau ihr lernen könnt, alles zu schärfen, das zeige ich euch heute. Denn wir gucken uns jetzt die 5 häufigsten Fehler beim Schärfen an. Über Fehler kann man sehr gut lernen, was man richtig machen muss. Also starten wir mit Fehler Nummer 1. Bevor wir heute mit dem Video starten, eine Frage von mir an euch. Womit schärft ihr euer Werkzeug? Und noch eine kleine Info, wenn ihr mit so einer Schleifhilfe schärft oder auch mit einem Tormex-System, ist das überhaupt kein Problem. Macht das ruhig weiter so, wir schauen uns heute nur das Schleifen ohne solche Hilfen an. Der erste Fehler bezieht sich auf die Vorbereitung. Wir sind also noch gar nicht beim Schärfen, aber haben schon den ersten Fehler gemacht. Unser Schleifmedium ist nicht plan. Das ist sehr, sehr wichtig, denn wir wollen beim Schleifen meistens eine einheitliche Schneide herstellen. Und das ist nahezu unmöglich, wenn unser Schleifmedium nicht hundertprozentig plan ist. Das ist einfach, weil wir dann ja immer über Berge und Täler schleifen, also keinen gleichmäßigen Abtrag haben. Das Problem ist vor allem dann sehr groß, wenn wir mit Wassersteinen arbeiten. Bei Diamantsteinen ist es in der Regel so, dass der Aufbau der Platte ein Nicht-Plan-Sein verhindert. Insofern ist das gerade für Anfänger etwas einfacher. Arbeitet ihr mit Wassersteinen, ist der erste Schritt immer, den Wasserstein an sich mit einem Planstein abzurichten. Klingt ein bisschen doof, macht aber sehr viel Sinn. Und das führt uns tatsächlich auch direkt schon zum zweiten Fehler. Der zweite Fehler bezieht sich ein bisschen auf die Vorbereitung, aber auch schon auf das Schleifen selbst. Ähnlich wie beim Schleifen von Holz ist es wichtig, dass wir eine gewisse Kornreihenfolge einbehalten. Das bedeutet, wir schleifen immer erst grob, dann mittel und dann fein. Das ist einfach dafür da, damit wir die Schneide erstmal in einen super sauberen Zustand bringen. Das heißt, sie ist plan und gerade. Dann verfeinern wir die Schneide und bei dem ganz feinen Stein bekommen wir sie dann wirklich super scharf. In der Regel gibt es dabei keine Abkürzung. Wir müssen diese Reihenfolge genau wie bei Holz in der Regel einhalten. In der Regel bedeutet, das habe ich jetzt dreimal gesagt, es gibt auch eine Ausnahme. Ihr seht bei mir immer nur einen Schleifstein. Das liegt daran, dass ich dafür sorge, dass meine Stemmeisen eigentlich immer in einem sehr scharfen Zustand sind. Das heißt, genau vor dem Arbeiten muss ich eigentlich die Schneide nur minimal mit einem mittelfein, also ungefähr mit diesem Stein, nochmal nachziehen. Den ganz feinen spare ich mir in diesem Fall, weil dieser Stein durch langes Benutzen irgendwo ein bisschen hier zwischen ist. Und auch das ist wichtig. Diese Steine und ihre Körnung verändern sich mit der Abnutzung. Das heißt, sie sind nicht immer genau wie an Tag 1. Sie nutzen sich also ähnlich wie Schleifpapier ab, auch wenn es natürlich hier bei Diamantsteinen deutlich länger dauert. Jetzt, die ersten zwei Fehler aus dem Weg, können wir endlich schleifen. Nice. Aber da kommt schon Fehler Nummer 3. Gerade wenn wir noch ganz neu im Schleifen sind, gibt es ein großes Problem. Unsere Muskeln und Hände wissen noch nicht ganz genau, was wir eigentlich von ihnen wollen. Das heißt, es ist sehr schwierig, a. den richtigen Winkel zu finden und b. ihn auch festzuhalten. Ein Tipp, um ihn zu finden, ist, dass wir die Schneide unseres Werkzeuges einfach einfärben. Das heißt, wir malen sie an. Das wäscht sich in der Zeit sowieso wieder ab. Hilfreich ist natürlich, wenn man das macht, bevor man das Ganze ins Wasser hält. Aber wir sehen, dass die Schneide jetzt blau eingefärbt ist. Wenn ich jetzt anfange zu schleifen, dann wird sich zeigen, wo ich Material entferne und wo nicht. Das heißt, das ist ein sehr einfacher Tipp, um zu überprüfen, schleife ich denn wirklich da, wo ich schleifen will. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für Messer, Hobelmesser oder auch für Rasenmähermesser. Wir können alles mit dieser Technik schleifen. Wenn wir nun wissen, wo die Phase unseres Werkzeuges ist, dann ist das Wichtige, dass wir sie gleichmäßig bewegen. Das ist, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr schwierig, denn die Handgelenke sind meistens etwas zu weich. Das heißt, wir neigen dazu, dass wir das Eisen nicht gleichmäßig halten und dadurch haben wir kein gleichmäßiges Schleifbild. Dafür gibt es einen einfachen Trick, um die Handgelenke zu überlisten. Wir können das Ganze in die richtige Position bringen und machen dann unsere Handgelenke so fest wie möglich und fangen dann an, wirklich nur unsere Oberarme zu bewegen. Das heißt, meine Unterarme und Handgelenke sind komplett starr. Ich bewege nur meine Oberarme. Das ist ein Tipp. Es gibt aber noch einen zweiten, der dabei noch deutlich effektiver ist und der sieht auch etwas komisch aus. Wem das jetzt mit dem Unter- bzw. Oberarm noch etwas zu schwierig ist, kann das Ganze noch auf die Spitze treiben. Wir können auch einfach mit dem ganzen Körper wackeln. Das heißt, wir wackeln mit den Füßen von den Zehenspitzen zu den Hacken und haben so wirklich nur die Bewegung über den gesamten Körper. Wir können dabei unsere Arme so steif wie möglich halten. Und das ist überhaupt kein Problem, das so zu machen. Ihr müsst nicht so wie ich so schleifen. Ihr könnt das, wie gesagt, mit den gerade eben gezeigten Techniken machen. Nur aus den Oberarmen oder mit dem ganzen Körper einfach vor- und zurückwippen. Hauptsache, ihr bekommt ein gleichmäßiges Ergebnis hin. Nach dem dritten kommt der vierte Fehler. Beim Schleifen ist es so, dass wir eine gewisse Kraft aufbringen müssen. Einfach, weil wir Material abtragen wollen. Und Fehler Nummer vier ist, dass wir diese Kraft sehr ungleichmäßig aufbringen. Das ist im Prinzip wie beim ersten Fehler. Wenn unser Stein nicht plan ist, dann wird auch der Abrieb nicht gleichmäßig sein. Wenn ich immer unterschiedlich doll drücke während der Bewegung, dann werde ich auch über die Fläche hin unterschiedlich Material abtragen. Wann ist denn nun der richtige Druck, würde man fragen. Das ist im Prinzip egal. Wenn ihr doller drückt, dann nehmt ihr mehr ab. Wenn ihr weniger doll drückt, dann dauert es halt etwas länger. Ja, das Wichtigste ist nicht, wie viel Druck ihr ausübt, sondern dass ihr ihn möglichst gleichmäßig habt. Ich zum Beispiel schleife in der Regel wirklich mit relativ wenig Druck. Denn je doller man drückt, desto mehr neigt man dazu, die Kraft ungleichmäßig zu verteilen. Zumindestens ich. Also achtet darauf, dass ihr möglichst über die gesamte Bewegung immer einen gleichmäßigen Druck habt. Ihr könnt es natürlich völlig übertreiben und mal auf einer Waage drücken. Gucken, wie viel Druck das ist. In der Regel werdet ihr es aber relativ schnell rausbekommen, indem ihr einfach versucht, die Bewegung so gleichmäßig wie möglich auszuführen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann solltet ihr ein super scharfes Werkzeug haben. In etwa so. Wow. Wir können Papier damit schneiden, als wäre es nichts. Allerdings kommen wir dann zum fünften Fehler. Und ich glaube, das ist der Fehler, den die meisten... Entschuldigung. Falsch machen. Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist der größte Fehler. Dieses Werkzeug ist jetzt scharf. So scharf ist es aber nur relativ kurz. Denn wenn wir damit jetzt viel arbeiten, nutzt sich die Schneide natürlich ab. Aber wir haben ja schon gelernt, wenn ich regelmäßig meine Schneide in Ordnung halte, da muss ich nicht ganz so viel Aufwand in das Schleifen reinstecken, wie wenn ich erst warte, bis die Hälfte abgebrochen ist. Also sorgt dafür, dass ihr eine gleichmäßige Schleifroutine habt. Macht das einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen, so, dass ihr immer ein scharfes Werkzeug parat habt. Denn, und das ist sozusagen der Zusatzfehler Nummer 6, stumpfes Werkzeug ist die größte Gefahrenquelle. Denn ist mein Werkzeug beim Arbeiten nicht wirklich scharf, dann brauche ich mehr Kraft. Und das ist ein bisschen ein Thema, was wir jetzt die ganze Zeit haben. Und je mehr Kraft ich aufbringen muss, desto unkontrollierter werden meine Bewegungen. Einfach, weil ich ruckartig arbeite. Und das ist eine Quelle für Unfälle. Ist das Werkzeug scharf, dann kann ich es in der Regel sehr, sehr präzise führen. Die Ergebnisse sind besser und die Unfallgefahr sinkt. Also schärft ihr jetzt alles, was ihr wollt. Rasenmäher, Blätter oder auch Hobel-Eisen. Wie das geht, habe ich euch heute gezeigt. Also, lasst ein Abo da und ein Like, denn etwas Lernen ist immer schön. Und ich ziehe mich jetzt in meine Hürde zurück. Auf Wiedersehen. Und ich ziehe mich jetzt in meine Hürde zurück.